Zum Beispiel, wie glücklich ich dir sein könnte, dass das hier kein Geruch sei, übertrauerlich ist. Es könnte veranklücklich sein, dass es Wasser nicht riecht, weil es ist eklig. Ja, es ist verdammt eklig. Das ist die größte Scheiße, die ich je gehochen habe. Wir haben einen Special Guest, der kommt extra aus Zwickau und ist fünf Stunden lang in der Autobahn zu gehen gefahren. Auch ein Navi aufhauen, wenn man auch mich haben kann. Und ich würde sagen, erstes Willkommen bei der Karin Boutique! Hallo! 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 Woah! Vielen Dank. Ich steig aufs Fahrrad Richtung Heimat Und die Sonne scheint ganz klein Es ist anders, mal zu spüren Man kann auch noch frei sein Ich bin dabei, ich bin dabei Ich bin dabei, ich bin dabei Ich bin dabei, ich bin dabei Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei Ich bin dabei, ich bin dabei Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Die Tropfen fallen auf die Wiese. Meine Kinder kennen mich der Dicht. Ich zieh sie wieder aus. Was kümmert's dich, was kümmert's dich? Durch alle Zeiten bekam Herzen. Ich bin hier, hier, hier. Wir erleben, was wir sehen und wir erleben, was wir sehen und wir erleben, was wir sehen. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei.